PK's Nightmare, die schnellste Competition, Bier zu zapfen und zwei Etagen 10 Bier zu servieren. Ich denke, 1 Minute 29 gilt es zu unterbieten. Wir schaffen das. Meine einzige Vorbereitung waren drei Tage Messe. Und wo ich 700 Liter Bier mit ein paar Kollegen gezapft habe, das muss reichen. Ich denke, ich war schnell genug für das erste Mal. Heute war nur Training. Nächstes Mal ist die Competition.